So, hallo, wir sind hier wieder. Frisch. Und wieder dabei. Um 20 vor 1 Uhr. Um 20 vor 1 Uhr. Ja, irgendwie schon. So, wir sind jetzt hier. Also, genau. Und wir müssen schauen, ob wir Zelda dort auch wirklich finden. So, äh. Wo wir es im letzten Part gesehen haben. Also machen wir nochmal die Aurasuche an. So, also Aurasuche. Ne, nicht gedrückt, halt. Die aktiviert, so. Ja, ja. Und da müssen wir dann. Und das ist auch der Grund, weshalb man sich in der Ego-Perspektive bewegen kann. Oh, eine Tür. Da muss sie doch drin sein. Garantiert. Warum öffnet sich die Tür? Ich verstehe das nicht. So, gehen wir einfach mal rein, ne? Und sagen wir Hallo. Durch das schwere Tor. Was wir einfach so aufschieben. Wir sind Hulk. Das grüne Monster. Randale. Tempel des Siegels. Oh, schöner Tempel des Siegels. Du gehst natürlich erstmal direkt zur Schatztruhe. Ja. Ich muss üben, wie man Schatztruhe führt. Das ist so schwierig, sich da so genau vorzustellen. Ja, sonst muss man mit Z anfangen. Wow. Wir haben einen Wunder. Du hast den Wunder dran gehalten. Dieser mysteriöse Trank stellt deine Schildanzeige komplett wieder her und führt außerdem vier Herzen auf. Wundervoll. Und das war immer mein Lieblingstrand. Und ich glaube, es wird auch Dennis Lieblingstrand sein. Ja, sehr schön. Ja. Mach doch das Schwert kaputt, Junge. So, und? Wir sehen eine alte Frau unter einem Hut. Woher weißt du schon, dass es eine Frau ist? Du, das sieht man. Zehn Sekunden. Nein, das sieht man. Der hat lange Haare. Ja, ich dachte immer, es ist ja so ein Pendel. Sieh an. Der Auserwählte, der das Wolkenmeer durchquert hat und vom Himmel gestiegen ist. Yo, hier bin ich. Was geht, Alter? Wie heißt du? Jimmy Long Dong, Jimmy bei dieser First Academy Flash Frauen hat. Wie heißt du, mein Digger? Jimmy Long Dong, aka... Jimmy Long Dong, Jimmy bei dieser First Academy Flash Frauen hat. Jimmy Long Dong, aka... Gut, Jimmy Long Dong also. Genau. Du beherrschst den Himmelsstrahl, jene heilige Kraft, die durch das Emporstrecken des Schwertes gen Himmel beschworen wird. Ja, du scheinst des Schwertes der Göttin für wahrwürdig zu sein. Und was denn sonst? Ich sitze hier seit ewiger Zeit und habe auf dich gewartet, den Wegbereiter des Schicksals. So, und wir sehen ein Lichtstrahl. Licht. Das hier ist der uralte Tempel des Siegels, der von der Göttin selbst erschaffen wurde. In sieben Tagen. Dein Kommen wurde vor sehr, sehr langer Zeit vorherbestimmt. Das Mädchen, das du suchst, ist erst vor kurzem von Licht umhüllt in diesem Tempel erschienen. Es ist Schicksal. Aber ihre Ankunft im Erdland entsprach nicht der Prophezeiung. Es scheint gerade so, als wolle eine böse Macht euer beider Bestimmungen beeinflussen. Link, machst du dir Sorgen um sie? Dann müssen wir jetzt handeln. Großes ist euch beiden vorherbestimmt. Um ihre Bestimmung zu erkennen, ging sie in den Wald von Phyron. Du musst ihr folgen. Sieh auf deine Karte. Oh, und wieder mal um die Karte. Ich habe dir auf der Karte den Weg zum Wald von Phyron mit einem X markiert. Nee. Aber es ist gefährlich, bei all den Monstern mit der Nase in der Karte umherzulaufen. Daher bringe ich dir bei, wie du Signallichter verwendest. Wenn du auf der Karte ein Signallicht setzt, erscheint dort eine Lichtsäule, an der du dich orientieren kannst. Also zeige auf X und drücke C, um ein Signallicht zu setzen. So, also, äh, jetzt... Das muss man genau treffen, sonst macht ihr wieder Mätzchen. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir... B. Ah, du kannst es von hier... Ey, das ist mein Part, ja. Du kannst es von hier aus zwar nicht sehen, aber das Signallicht leuchtet dir nun den Weg. Wenn du das Signallicht nicht mehr brauchst, zeige auf der Karte darauf und drücke erneut C, um es zu entfernen. Jetzt musst du dich nicht mehr fürchten... Äh, äh, dein Weg zu verlieren. Hä, hä. Geh nun in den Wald von Firon und finde die heilige Maid. Finde Zelda. Nimm den Inhalt der Schatztruhe in diesem Raum an dich, welcher Dennis schon geplündert hat. Er wird dir auf deiner Reise nützlich sein. So. Wow, da hat sich ja jetzt viel getan. Der Weg durch diese Tür führt dich direkt zum Wald. Sei vorsichtig. Ja, komm. Es wird mit Sicherheit bald alles klar werden. Schreite ohne Furcht voran, Link. So, also dann hauen wir jetzt mal auf die Kacke. Ich hoffe mal, dass ich richtig laufe. Ja, du läufst. Ziemlich richtig. 100% richtig. 100% Baumwolle. Genau, frisch aus. Super Anbau. Jetzt neu. Und jetzt kommt eigentlich unser Schwertgeist wieder. Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Das darf ich irgendwas sagen. Ich weiß es würde es ihm machen. Oh Gott. Nee, er kommt zu dir nicht. JP. Oh. Ein Flo-Makt. Ihr Füßen-Biester. Lasst mich in Ruhe. Feier. So, und jetzt musst du... Na ja, egal. Ähm. Verdrecht sie hier ja schon irgendwie. Sehr schön. Gut. Du musst schon den Angriff abwarten, weil sonst, äh, kann es sein, dass du dann im falschen Moment deinen Schild nach vorne gepresst hast und das dann der Angriff halt auf den Schild geht. Oh. Danke für deine Hilfe. Wo kommen diese roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht herumgetrieben. Und so ein wie dich sehe ich hatte schon zum zweiten Mal. Was ist das nur für ein Tag? Na ja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir etwas Interessantes. Wow, ist das interessant. Wow, eine Statue. Ich stockiere hier in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marugo, ein Gerone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Göttin. Diese alten Statuen dienten angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Göttin in den Himmel aufzusteigen und von dort wieder zurückzukehren. Wenn du eine davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkte dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweile ich dich mit meinen Erzählungen? Oder willst du mehr hören? Äh, was sollen wir? Was will der Zuschauer? Das ist die Frage. Okay, wir fragen mich. Wollt ihr mehr hören? Ja oder nein? Wollt ihr mehr hören? Nein. Okay, äh. Ja komm, der vollständige Ding ist halt, deswegen machen wir eben. Hören wir uns noch ein bisschen an. Oho, kennst du auch die alten Legenden? Ja, sicher. Ich kann dir von ihnen berichten. Lass mal. Man sagt, die Bewohner der Insel der Götter flügen auf Vögeln durch die Lüfte. Ein friedliches Inselreich, dessen Bewohner der Götter treu ergeben sind. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Felslinge voraus ist. Aber halt, das ist noch nicht alles. Das wirkliche Interessante kommt erst noch. Und da die Götter selbst diese Insel erschaffen hat, ist sie voller Dinge, die uns hier wie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold. Heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Quellen. Und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort wachsen. Es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Göttin. Was meinst du, ist das nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Was meinst du? Nee, jetzt reicht es. Jetzt müssen wir nicht noch mehr hören. In Ordnung, den Rest erzählst du dann ein anderes Mal. Ja. So, und jetzt gehen wir eben auf die Statue zu. Und was wird passieren? Halleluja. Oh. Was hast du da getan? Das ist ja unglaublich. Die Stadt hat geleuchtet, als ich ihr genähert hast. Du bist wirklich einmalig. Und, äh, untersuchen oder? Ja, kommt von Witz und Neunherz. Oh, nein, 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 wir warten noch ein bisschen, wir müssen sowieso später nochmal vor dem Tempel zurück, würde ich zumindest empfehlen. Daher, nein, aber ein Driss auch mal nach unten. Also, wie kann ich jetzt ein bisschen die Kamera wechseln? Warte mal, warte mal. So, erstmal müssen wir sowieso hier nach oben. Obwohl, warte, wenn man hier... Yay! Du hast einen Phyloru, äh, Riesenkäfer gefangen. Wird der Panzer dieses Insekt poliert, äh, gewinnt es ein stärkeres Set zu den kräftigsten aller Insekten. Unser erstes Inseekt. Und ja, wir haben keinen Glibber-Sonder-Monster-Klauen bekommen. Weil wir halt Aufnahme-Face hatten und deshalb neu spielen mussten. Ja, ja, ja. Alles nicht so toll. So, dann schieben wir das hier auch mal weg. Und dann haben wir einen Rückweg. Praktisch. Ziemlich. So. Und dann schauen wir mal. Jo, was hast du noch zu sagen? Ich werde nur noch etwas dieser Statue untersuchen. Ja, okay, mach das mal. Ne, wir müssen da lang? Ne, da kommen wir eigentlich aber... Da vorne ist wieder eine Wand. Also, alle Käfer, die an einer Wand sind, die kann man ganz leicht fangen. Man muss einfach nur gegen die Wand räumen und fallen die um. Dann sind die hilflos, dann kommen die einsam. Wir müssen da... Ne, wir müssen... Ich weiß, wo ich lang. Und dann müssen wir das hier verschieben. So, und wir haben es geschafft, so wundervoll. Das war auch jetzt voll das Rätsel und so. Und wir können das Signal nicht wieder wegmachen, weil da sind wir jetzt schon. Das heißt, wir öffnen die Karte mit Plus. Genau, Plus und Minus. So, und... So, und... So, und... So, und... So, und... So, und runter und... So, und... So, und... Und B. Genau. Und jetzt laufen wir durch den Wald. Und wir laufen immer weiter. Immer, immer weiter. In diesem schönen kleinen Wald. Genau. Schon wieder. Gebieter, wir sind im Wald von Phyron angekommen. Episch. Ein großer Baum. Wald von Phyron. Wald von Phyron. Jetzt neu. Um diesen riesigen Baum herum gedeiht ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Wow. Und wenn wir in das Gebiet erschlossen. Der Wald von Phyron. Da sind wir und... Halleluja. Wundervoll. Ich fühle, dass auch Zelda sich irgendwo hier auffällt. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Dann werden wir das mal machen, ne? Also die Aurasuche, das ist quasi das Gespür aus Twilight Princess. Nur finde ich das irgendwie cooler mit der Aurasuche. Ne, warte, ich hab das hier jetzt einmal aktiviert. So, da müssen wir hin. So, da. Ja. Das heißt, Schild wegstecken. Du musst bei der Kamera auf jeden Fall mehr mit Z arbeiten. Finde ich. So, und das Schwingen ist ganz cool, weil da muss man die Refundierung immer richtig neigen. Und zwar, äh, schwungvoll neigen. Nicht einfach so normal hoch und runter, sondern man muss das schon ein bisschen Schmackes drin haben. So. Und, äh, roll mal. Sehr schön. Gut. Bäume des Todes, die uns in den Weg versperren. Aber auch die fielen Dennis zum Aufkommen. Hä? Ich erhebe die Hand gegen euch. Ja, ein ist schon tot. Und jetzt fangst du aus. Da musst du anvisieren und dann musst du dich anvisieren und dann musst du dich anvisieren und dann musst du dich konzentrieren auf jeden Fall. Und dein Ausdauersweg und deshalb bist du jetzt... Boah, der nutzt das aber auch voll aus, ey. Das ist ein Ausdauersweg. Ja, weil du hast zu viele Wirbelattacken gemacht, deshalb. Ach so, das sieht aus Dauer? Ja. Ja. Ah, ne, ist schon. Boah, ich will das jetzt noch genau. So. So. Du darfst den kleinen Graspischof vorlesen. Ja, super. Ja, so kleine postierliche Wesen sind was, äh, damit Dennis sie vorliest. Super. Wofür. Was? Warum ist es plötzlich so ruhig? Ey, was machst du? Was? Warum ist es plötzlich so ruhig? Schön. Oha, jetzt auch noch in grün. Ich bitte dich, äh, verschöne meine Wenigkeit, bitte. Und jetzt hau ab vor uns. Er hat Angst. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre eine vertraute Aura. Äh, Taylor-Frage-Seichen? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass es sich um Zelda handelt. Es dürften jedoch die Kyu sein. Die Kyu sind die liebenswerten Bewohner dieses Waldes. Sie sind klug und wissen vielleicht etwas. Ich weiß nicht genau, was habe ich ihre Aura-Spüle. Spüle. 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 Ich empfehle daher, mit dem Kyu zu sprechen. Das ist anstrengend. Und da ist ein Kyu. Das ist der gleiche wie vorhin. Genau. Ich finde die voll süß, die Teile, mit hinten in diesem Knoblau-Rücken. Äh. So. Warte, ich will noch eine Sache gerade probieren. Jetzt kommts. Und zwar haben wir eine leere Flasche, bei der es ein Herztrank verballert hat. Was ist denn jetzt los? Gebieter liegen, Gruppe mich jederzeit, als wenn du fragen kannst, oder dein Ziel aus den Augen verliest, indem du runterdrückst. Ja, wollen wir, wollen ich. Wende dann Hinweis und frage mich nach einem Typ. Je nach Lage kann ich die unterschiedliche Tipps geben, die dir bestimmt nützlich sein werden. Ja, okay, also auch ein paar Loser werden die spielen können. So. Ähm. Ja, da ist der Kyu. Und wenn man hier so... Äh, Moment. Jetzt leckt es gerade. So, und wenn man hier so lang geht, dann bringt es einem gar nichts, weil der ist total schlau. Und auch so bringt das nichts. Weil der halt... Wollst du probieren, Pilzsporn einzusammeln? Ja. So. Äh, dann probiere ich das jetzt mal so. Dann drücken wir Minus. So, Minus. Und die Leere Flasche. Und... Füllen. Füllen. Naja, das steht nichts. Und der Kyu hat sich erschreckt. Wie wundervoll ist das denn? So, und... Das Perfekt von Erschrecken ist erschrocken. Wieso habe ich mein Schild nicht? Warte, warte, warte. Komm. Ich habe... Was? Was? Du! Wie hast du das geschafft? Der ist kaputt! Wegegepackt, oder? Der ist weggepackt. Kann das sein? Ach so. Ha, ich dachte schon, er hätte es den kaputt gemacht. Ne, 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 ne. Dann hatte ich den gerade eben... Wow, wieso schaffst du das bei mir machen die Niemann und Mund auf? Ich habe den schon geschlagen. Und in den Spuren kannst du nicht einsetzen. Klar kann man die einfachen. Ja, dann probier du das mal. Schatz. So geht das. Alles war eigentlich die Glitzerinamen. Toll. Super. Allein sind immer mehr Glitzerinbäume. Äh, Pilze. Bäume oder was? So, da also. Ja. Oh, da, da war eine Angst. Der arme, kleine Kiyo. Ich finde die süß. Jo. Und... Ja, ich war gerade kurz weg. Deshalb wusste ich nicht, dass Dennis den Schild weggepackt hat, statt ihn zu zerstören. Genau. So. Da ist eine Tür, wo wir noch nicht rein können, da wir noch keine Bomben haben. Oder... Ja, ja. Was sollte man da denn sonst brauchen als Bomben? Keine Ahnung. So. Ach, da hat Angst. Was denn jetzt los? Gebiete, deren Herzen haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir dringend Heilungsmassnahmen zu ergreifen. Ja, das dachte ich mir schon. So, war's. Vögelseckung. Wie, du hast mich schon wieder aufgesperrt? Mach sich, aber ich verfolge dich. Ich. Wie? Du machst ja gar nichts. Und eigentlich hast du es ja vorher nur den roten Garn gezeigt. Macher ist mein Name. Danke dir, Bruder, dass du Macher gerettet hast. Das hätte Macher dir gar nicht zugetraut. Tja, süß Mann, ne? Da fällt Macher ein. Gerade erst vor kurzem war ich ja so eine ähnliche wie du, äh... Zelda? War das etwa eine Freundin von dir? Das war ganz schön übel. Sie wurde plötzlich von den roten Kernen angegriffen und ist dann mit ihrem Häuptling geflohen. Gebieter, ich habe neue Informationen zu Zelda. Es scheint, als sei Zelda von den Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Machers Position wurde markiert. Sie sieht dir auf deiner Karte an. Dieses Lebewesen hat Zelda getroffen, daher habe ich ihre Aura vorher gespürt. Auch der Häuptling, der Kiyu, der gemeinsam mit Zelda geflohen ist, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% auf die Aurasuche reagiert. Ich empfehle weiter nach der Aura, Zeldas zu suchen. Okay. Ah, das hat Macher erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Und du willst einer davon. Wenn du deine Freundin und unseren Häuptling findest, sage ich ihnen, dass es Macher gut geht. Macher ist sich absolut sicher, dass die beiden zusammen sind. Warte, wie? Ja, äh, nicht in einer Beziehung, sondern... Also, und dann suchen wir Zelda im nächsten Part. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann.